Steter Tropfen höhlt den Stein. Diese alte Weisheit gilt nicht für die geheimnisvolle Unterwelt einer Tropfsteinhöhle. Hier scheint die Zeit still zu stehen. Mit einem Wachstum von nur einem Millimeter in zehn Jahren stuf die Natur in tausenden von Jahren unterirdische Schatzkammern an Formen und Farben. Das Sauerland und das benachbarte Bergische Land zählen mit rund tausend erforschten Höhlen zu den höhlenreichsten Gegenden in Deutschland. Nur wenige davon sind zu Schauhöhlen erschlossen worden. Die Heinrichshöhle im sauerländischen Hema ist eine davon. Herzlich willkommen hier in der Heinrichshöhle. Der hat ihren Namen bekommen von Heinrich von der Becke. Das war ein hier heimischer Unternehmer. Und der hat im Jahr 1812 die Höhle erforscht. Den Besucher empfängt eine bizarre Landschaft im Schein der Lampen. Fantastische Schluchten, schmale Kriechgänge oder aufragende Feldspalten. Tropfsteine wachsen eiszapfenähnlich dem Boden entgegen oder recken ihre Spitzen gegen die Decke. Durch dieses Loch ist ehemals das Wasser geflossen, was diesen Tropfstein hat, entstehen lassen. Und wenn ein Tropfstein ein Loch hat, dann war das ehemals ein Stalag. Dankeschön. Bereits 1905 erhielt die Heinrichshöhle eine elektrische Beleuchtung. Diese wurde von einem eigenen Stromerzeuger gespeist, da es damals im Ort noch kein Elektrizitätsnetz gab. Erst im Jahr 2000 erhielt die Höhle eine moderne Beleuchtungsanlage. Der Höhlenkomplex wird auch heute noch weiter erforscht. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung hat uns hier in HEMA bei der Heinrichshöhle sehr geholfen. Und zwar bei der Erneuerung der Beleuchtungsanlage, bei dem Neuaufbau des Bernskelettes, was aus Originalknochen aus der Höhle besteht, und beim Aufbau des Höhlenhauses vor der Heinrichshöhle. In dem neu errichteten Höhlenkundlichen Informationszentrum HEMA bietet die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst-Sauerland e.V. Bildungsangebote und Sonderveranstaltungen an. Zu den beliebtesten Veranstaltungen zählen die Kindergeburtstage in der Höhle. Mit Taschenlampen und Schutzhelm ausgerüstet, dürfen die Kinder unter Anleitung kleine Höhlenforscher spielen. So Kinder, hier seht ihr das Modell einer Hyäne und diese Hyäne hat hier im Eiszeitalter gelebt. Die ist einiges größer als die Hyänen, die wir heute aus Afrika kennen, aber das war früher bei den Tieren normal hier im Sauerland. Auge in Auge mit wilden Tieren. Die lebensgroße Nachbildung eines Urbewohners der Höhle wird staunend begutachtet. Gleich nebenan türmt sich ein riesiger Haufen gesammelter Knochen eiszeitlicher Tiere. Der Höhlenbär ist hier vor 40.000 Jahren in der Höhle gestorben. Deshalb kann ich euch jetzt seine Zähne zeigen. Den dürft ihr auch mal anfassen, da braucht ihr keine Angst haben, der weiß nicht mehr. Der wahre Herrscher der Unterwelt ist Heinrich, der Höhlenbär. Sein Skelett ist knapp 10.000 Jahre alt und nach aufwendiger Restaurierung die Hauptattraktion in der Heinrichshöhle. Ein Muss nach dem Höhlengang ist der Besuch des nur wenige Meter entfernt liegenden Naturschutzgebietes Felsenmeer. Eine einzigartige, bizarre Felsenlandschaft. Das Felsenmeer ist durch das Zusammenwirken natürlicher Verkarstungsvorgänge mit dem jahrhundertealten Bergbau und der Förderung von Eisenstein entstanden. Unter den Felsen und Steinblöcken verbirgt sich eine spannende Mischung aus Naturhöhlen, Bergwerken, Spalten und Schächten. Aufgrund seiner herausragenden naturkundlichen, erdgeschichtlichen und kulturhistorischen Bedeutung wurde es unter Naturschutz gestellt und darf daher nur auf dem gekennzeichneten Rundweg begangen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.